So Freunde, mich haben jetzt schon so viele Leute gefragt, Rizzo, was machst du eigentlich so? Genau, was bekommst du denn bei mir überhaupt? Dann schau doch einfach mal bei mir auf cochinata.de vorbei. Da findest du drei Kategorien. Die erste Kategorie natürlich Gewürze, Kaffee, Küchenhelfer und du findest meine Messerserie. Zweite Kategorie wäre im Endeffekt Rizzo kocht bei dir. Oder du wünschst ein Catering oder ein Event bei dir in der Firma zu Hause oder wo auch immer, dann kannst du dort deinen Termin buchen oder anfragen. So, oder du bist ein Unternehmer und möchtest dein Unternehmen weiterentwickeln, weiterbilden, deine Mitarbeiter, Schulen etc. pp. Dann bist du in der Rizzo Academy. Herzlich willkommen. Genau, soviel ganz kurz zu meiner Webseite, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Ich würde mich freuen und wenn du Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Hau rein. Tschüss. Tschüss.